Ich sag einfach mal, woran hat es verliegt. Ich geh... Im Endeffekt fragt man sich's über Brand gelegen hat. Hey du Pömmel, verpisscht da oben. Ist links. Äh, rechts mal. Das ist links, Alter. Das ist doch nicht rechts. Ja, von uns aus gesehen war das rechts. Ah, ich hab einen. Oh nein, doch nicht. Dinger. Ich dachte, das wäre Michael gewesen. Waffen ablegen. Dieser Kampf ist vorbei. Was denn? Wenn dein Team das halten kann, ist der Siegster. Der Jäger ist richtig schwul. Doch. Doch. Safe call. Alter, nimm jetzt das mit den Api gar nicht noch. Naja, ich muss ja auch mal auf meine Killquote kommen, wa? Der ist da hinten in der Ecke, Alter. Nee, der rennt weg. Ah, rennt echt nicht. Der rennt nicht weg. Was? Du hattest sie schon in der Tasche, bevor es begonnen. Da. Brett. Vielen Dank.